Sebastian Jacobi ist auch als Quizgott bekannt, in der Sendung gefragt, gejagt beweist er immer wieder, dass so schnell kein Rategast an ihm vorbeikommt. Auch in der jüngsten Ausgabe der ARD-Show wurde dies unter Beweis gestellt. Ein Kandidat schaffte es am Ende aber trotzdem ins Finale. Die anderen hatten es schwer. Besonders die Angebote des Jägers schien manchen von ihnen nicht zu passen. Hier verteilte Jacobi als unteres Angebot mal einen Euro oder fünf Euro. Nach oben hin gab er sich aber recht großzügig. Er bot 30.000 Euro, 40.000 Euro oder sogar 45.000 Euro an. Trotzdessen erhielt er in der Sendung plötzlich mächtig Gegenwind. Jäger Sebastian Jacobi kriegt für sein Angebot Kritik. Sabri Ramadan befand sich an Position 3. In der Schnellrate-Runde von gefragt, gejagt erspielte er sich 1.500 Euro. Ganz zufrieden war er damit nicht und meinte, hätte besser laufen können. Schließlich ging es ins Duell mit dem Jäger. Sebastian Jacobi unterbreitete ihm sein Angebot, die kleinen Frechheiten beginnen so allmählich, Sabri. Deswegen gibt es für sie auf der Wegrennstufe nur minus 100 Euro. Das ist heute das erste Minusangebot. Das passte den anderen Rategästen, die im Hintergrund saßen, offensichtlich nicht. Es wurde gebot, eine Kandidatin wetterte sogar, ohne, wird ja immer schlimmer hier. Jacobi ließ sich davon nicht aus der Ruhe bringen und zeigte sich gelassen. Er sagte mit Blick auf die Reaktion im Studio, ja, da dürfen Sie ruhig bohnen. Es ist trotzdem sehr angebracht. Dafür bekam der Kandidat als höchstes Angebot 41.000 Euro. Für diese Summe gab es dann auch Beifall. Der Softwareentwickler aus Bensheim wollte aber nicht zocken und erklärte, Das ist eine Menge Geld, aber ich will auf jeden Fall gerne ins Finale kommen und wir sind jetzt schon mindestens eine Person weniger. Deswegen nehme ich die 1.500 Euro. Gefragt, gejagt Kandidat schafft es nicht ins Finale. Bei der ersten Frage lief es noch gut für Sabri Ramadan. Er tippte nämlich richtig und der Jäger lag falsch. Alexander Bommes wollte wissen, was kann bei Kindern das Knorpelgewebe zerstören und zur Entstehung von Arthrose beitragen? A. Kaffee B. Joghurt C. Obst Rama Indian entschied sich für A und kam damit eine Stufe weiter. Der Jägername im Übrigen B. Bommes zeigte sich amüsiert darüber, dass er das nicht wusste und sagte, Jetzt weiß ich auch, was sie ihrem Sohn vorenthalten. Nach der sechsten Frage war für den Kandidaten das Spiel zu Ende und er schaffte es nicht ins Finale. Bommes fragte, auf der Nationalflage welches Landesstand anfangs das Gelb für die Habsburger und das Grün für die Braganzas? A. Litauen B. Brasilien C. Ghana Der Teilnehmer tippte auf C. Damit lag er falsch. Der Jäger setzte auf die richtige Lösung. Ramadan meinte zum Schluss, ich habe was gelernt. Im Finale musste Jakobi in 2 Minuten 13 richtige Antworten geben. Dies schaffte er und hatte sogar noch 24 Sekunden übrig. Der Jäger setzte auf den Kandidaten des 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 K